Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Heimerdinger auf der Midlane. Mit dabei ist heute der Mark und er spielt Kalista als ADC. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuschauen. So ist die FPS drauf. Sandra ist die FPS. Oder was? Alter. Was denn? Laptop macht da nur die Schwierigkeiten. Ich hab auch mal 30 FPS. Ja, wieso? Ist doch gut. Nein. Warum nicht? Normalerweise auf 60 plus. Ich hab auch nur 30. FPS. Also nicht mit dem Pink verwechseln. Ja, FPS. Klar. Kannst du nur auf 30 FPS spielen, Mann. Kann nicht sein. Hab'n mega super PC. Alter. Das geht überhaupt nicht. Oh. Was wollen die denn? Ach, die haben nen Blitz. Ja. Geht überhaupt nicht klar, Alter. Mach was. Ich will gewinnen. Gib dir Mühe. Darfst dir meine Videos auch später angucken. Mach mal Quali ein bisschen eine Stufe weiter runter und dann... Besser ist das vielleicht. Ja, normal... Ich spiel immer auf High-Quali komplett, also... Da jetzt wieder mal spacken. Ja, hab ich eigentlich auch. Oder hat sich das letztes Mal runtergestellt? Na ja, ne andern geben wir mal angucken, jetzt nicht. Das kostet nicht besser, Alter. Das ist Sinn. Oh, es geht los, Digga. Das ist für mich grad übel, also ich hoffe, er ist noch her weg. Alter, sobald was bewegt wird, ey. Oh, der Zett hat schon keinen Bock mehr. Schon zurückgegangen. So, ich spiel. 13 FPS. 13 FPS haben wir. Tja. Da stimmt dann wohl wirklich was nicht. Und Trash, Alter. Hm. Alter, was regt mich grad übel auf, Alter. Zurecht. 15 FPS. Ja. Ist noch irgendwas im Hintergrund an? Nein, überhaupt nicht. Hm. Vielleicht kann ich fahren. Kann ich fahren. Ja, ich kann dir nicht sagen, wo drin es liegt. Oh, mein Schadenleck. Oh, mein Schadenleck. Hm. Ja, klar. Mann, Trash. Pass doch mal auf, Alter. Ohne Witz. Da ist die Schadenleck. Hm. Trotz der Kill. Ich hab mir das einfach mal schnell erlaubt, wegzugehen. Jo. Ohne Scheiß-Farm, Alter. Okay. Okay, das machen wir ganz schnell. Das machen wir ganz schnell erlaubt, was ist jetzt los zu sehen. Keine Ahnung, was ist jetzt los, was ist jetzt los zu sehen. Ohne, was will denn der Trash bei mir? Erfend besonnen. Soll er nicht. Ich will hier nur ganz in Ruhe spielen, dann gewinne ich meine Lane auch. Ich will keine Ganks, ich will keine Hilfe, ich will nichts. Alter, was ist denn los mit dem PC, Mann? Ich weiß es nicht. Loll, hat er das überlebt? Verrast dich doch raus. Nein. Hey, hey. Wollt schon sagen. Wenn es jetzt nicht besser ist, muss ich mal ein PC neu starten. Oh, oh. Mann, ey. Oh, 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 yeah. Oh, oh. Das war's für heute. Ah, läuft aber 3-3. Was ist denn mit dir? Ah, scheiße, jetzt bin ich tot. Aua-Z krieg ich noch. Äh, sie lädt das Kämpfe um so'n Scheißen langsam. Mach mal was. Oh, sorry. Jo, mach fix. Jo. So, das sind die Rankeds wie man sie liebt. Hm. Ja. So. 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 So läuft das, liebe Zuschauer. Schade, wenn's ausgerechnet der Pre-Made auch noch ist. Ärgerlich. Mal sehen, vielleicht klappt's ja gleich wieder. Auf zum Fortschritt. Ja. So. 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 Na gut, muss ich mich zum Tower zurückziehen. Jo, hoffentlich klappt es jetzt. Ich habe mittlerweile drei in der Mitte. Und wie fahren wir technisch? Boah, kann ich jetzt nicht gucken. Der ist auf jeden Fall gerade auf meiner Mitte lane. Der Gegnerische hat 81. Fuck, Alter. Ich habe gerade mal 13 oder so, ne? Ja. Du hast 15, ja. Das ist echt scheiße. Ich habe ja so ein Game wie vorhin, aber das muss ich jetzt gleich erstmal hochnehmen. Du brauchst in den Fals, als wenn ich ein Rechen kriege. Mhm. Also, ich brauche Kills. Ja, was? Zurück ans Zeichenbrett. Unloyage, startet doch, Alter. Ich glaube, es wird ja jetzt wird besser sein. Ich hoffe es. Ja, jetzt wird besser sein. Also, insgesamt halten wir uns noch ganz gut. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass meine Lane jetzt schon weg ist. Was? 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 Oh, warte. Damit. Jetzt passiert's. Oh, scheiße. Na, wir sterben alle. Mensch, hier sind das. Was soll ich machen gegen vier Mann auf meiner Lane? Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt geht's nach hinten los, das Spiel. Ja, ist meine Schuld. Kommst du jetzt immer noch nicht vorhin, oder was? Doch. Doch. Irgendwie, Athlete doch nicht. Oh, sorry, Athlete. Jawoll, Trash hat Blitz geholt. Nice. Jetzt wird's natürlich hart, erstmal wieder ins Spiel zu kommen. Oh, ja. Dann brauche ich irgendwie Killed, oder? So? Ja. Wenn man's auch Killed hat, dann darf man nämlich nicht mehr. Ja, was geht? Dann wird's jetzt so langsam. Oh. Das sind Games, die die Welt nicht braucht. Oh, toll, das war's mit ihm. Ich hoffe, die Caitlyn haut gleich mal wieder ab. Die macht mir meine ganzen Tore hier. Oh, ich bin voll perfekt. Was ist das zum Heilen? Oh. 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 jetzt bist du wenigstens wieder da chance ist noch da so doll sind sie nicht es ist nur eklig mit der kate wenn die meine tor kaputt macht aber wenn mir ein flasches mehr nicht herkommt und mir nicht helfen kann dann wirklich nein ich habe gefällt ja ich kann gegen kaitlin nichts machen oh lol timo mit dem double kill ja jetzt kommst du wieder zu mir ja sicher sie sind immer zu viert bei mir wenn keiner da ist weil sie mich alleine nicht kriegen ja auch nicht trotzdem ne trotzdem sollten wir vor dem ich sterbe jetzt auch kann ich nichts mehr machen 3 in mitte ne ne ich muss das spiel kommen sonst wird das nix ich muss das spiel kommen ja weil ich kann hier nichts machen wenn die caitlin immer auf meiner lane rum hängt und die anderen sind jetzt wahrscheinlich auch schon gefiltert ist immer noch nicht gott sei dank ich glaube ich lasse den gangplank da und ich gehe mal top lane ich gehe den timo meines machen behind alter ja ja haben aber Ich weiß gar nicht, was er hat mit dem Timo. War doch easy. Das ohne Ulti und ohne Sonjas. Und wie weit ihr jetzt die Lane pushen habt, ist voll, Alter. Ganz ruhig. Denk noch wirklich so nach, Alter. Ja, das weiß ich. Reg dich nicht auf, wir gewinnen das Ding noch. Schwöre ich dir. Weil ich habe das gemerkt, der Set ist nicht gut. Da bin ich hier reingemt. Ja. Und die hat geklaut. Da war... Wenn der Trash da jetzt mal helfen würde, hätte er die Catelyn auch noch gekriegt. Aber da hat er wohl keinen Bock zu gehabt, der Trash. Da ist die Catelyn wieder auf meiner Lane. Klasse ist. Nein, ich kann mir wenigstens Klingesgeschoss in den Königs kaufen. No way. Dann habe ich wenigstens ein bisschen geteilt. Kann ich ja zu viel aufrichten, oder? Ja. Vielleicht kann ich ja irgendwie als der Catelyn auch draufziehen. Alter, du machst ja ganz gut einen Schaden, ey. Ja, schade auch gerade. Ja. Ja, ne, mein Schaden und mein Farm, alles gut. Die haben mich nur gekriegt, weil die Catelyn immer hier war. Ich komme ja gar nicht dran. Ey, der Rengar, der spielt auch nicht besonders. Macht dumme Fehler. Deswegen, das ist locker noch zu gewinnen. Ich brauche halt ein bisschen Farben, alles, ey. Ja. Oh, hat er. Oh, die Blue ist da. Hätte ich natürlich gerne. Der braucht zwei und richtig C. Jo. Das ist noch alles drin, ey. Aber wenigstens stellt mich keiner, ey. Das haben sie eben schon. Echt? Nein, nur warum du so lange brauchst du und zwar, weil ich habe immer geschrieben, da kommt gleich wieder und alles. Lieber Back laufen. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. So, ich gehe wieder in die Mitte. Die haben nämlich keinen richtigen Plan, die Gegner. Das merkt man. Z kommt, Bot. Z kommt, Bot. Und ich gehe wieder in die Mitte. Hallo Flasch raus Catelyn die reicht doch nicht Bissar du bist nicht alleine, ne? Ja, was ich machen kann Ui, wer will denn hier zu ändern? In meinem Level kommst du auch langsam wieder ran Ja, natürlich, das geht doch Für die Gassen, die braucht Nein! Oh, ich noob! Oh, da ist sie umgedreht Hast du das gesehen? Hätte ich einfach meine Kanone weiter schießen lassen, ohne dass ich hingehe Ich wollte auf Nummer sicher gehen Alter Schwede Meine Dodge Mechanics Auf jeden Fall weiß ich, dass ich nur Jo, hier der Timo geht auch so halb AD Der macht diese komische Angriffstempos gelungt da Das heißt, ich hole mir nur Rüstung Ich werde mir auch gleich noch mehr holen Was gibt's denn noch schönes an Rüstung für AP Weiß ich jetzt gar nicht Ich muss einfach ein bisschen Tanki gehen, dass ich in der Teamfights nicht gleich umfalle, dann ist das easy Aber ich bin ja schon wieder auf 100 C jetzt, Alter Jawoll Ja, warte mal Warte mal Timo steht da links neben mir in der Ecke Nein, komm ich komm ich komm ich komm Warte, komm ich komm Warte, ich bin noch nicht tot Gott gleich Ja Ah, Caitlin Verdammte Caitlin Jaja, guck, gefarmt jetzt in der Stadt Ach, 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 fehlt einfach mal so ein Nice Jetzt Zurück ans zeichnen Contain Ahem Ich brauchst du bitte ein bisschen fahrchen hier. Kann nichts machen. Ja. Nein! Ich bin noch im Komplett. Aber kein Ulti, ne? Ja, ich weiß. Eih, warum fliech und willst nicht auch nie? Erstmal weg. Ja, als Heimerdinger hast du halt nicht viel. Meine Wehe hatte gerade Abklingenzeit, ne? Ja. Dann muss man alles good time. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt kommst du ja langsam rein. Das heißt langsam. Bist ja eigentlich schon drin. Sehr langsam. Ich helfe mir nicht wirklich. Boah, noch ein bisschen was. Ich will dich nur ein bisschen aufbauen. Also wenn ich mein Blutdor, ich mein Budans erstmal hab und dann, äh, mein Blutdor ist da, dann kann ich sagen ich bin drin. Du musst dann auf jeden Fall versuchen, mir die Caitlyn irgendwie vom Leibe zu halten. Kann ich nicht. Mach ich mal harde carry. Ja, deswegen ja. Also wenn sie, wenn sie reingeht. Dann muss ich ungefähr auf den selben Stand kommen wie sie. Äh, da ist er schon wieder. Dann bringen meine Tower nämlich auch gar nichts. Ist das Ärgerliche. Ich bin ready, trash. Komm auch. Lassen wir es geht. Nein, keine Kills lassen im Moment. Da haben wir keine Zeit für mich. Oh, lol. Das wir noch nicht mal zwei Personias sehen. Ja. Instant down. Deswegen überlege ich ja, wo ich Rüstung herkriege, aber es gibt keine vernünftigen Items für mich. Ja. Ist mir das ein Personias Vertrauen, ne? Ja. Aber wenn er mich mit einem Schlaf wegkommt. Ach, Mann. Für alles Dotschen kann ich nicht, Alter. Mann, für Arunans hab ich jetzt nur noch einen Blutdor und dann kann ich wenigstens etwas ausrichten. Hm. Ich hol mir Aurelius Kristall Zepter und dann noch Leon Riscual. Ja, mach das mal. Das wenigstens Leben drauf. Weil ich das gut. Weil ich das gut. Ja. Komm, überleben auch schon. Ich bin ein Pilz. Bin gleich da. Hab Homeguards. So, zwei meiner Core-Eigens hab ich schon. Er hat getroffen. Rangler-Push-Botting. Oh, kann ich nicht gehen. Ah, gut. Er hat ihn nicht mehr. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Wird erwartet auf so warten. Wichtiger Aufgaben. Oh, Knoll. ich gehe wieder mit ich komme wieder zu euch ja ich bin auf den anderen auch gegangen kaitlin pushtop zurück hat die kalle verzweigte mion war bekommen dauer gibt alles alles sonja ist vor ja was sollte ich alleine machen hast du ja gesehen wir holen wir holen ganz schön auch ok renger war gerade beim baron also hat das botlane also baron werden sich schon mal nicht machen ne ne ich meine nur dass er von da kommt du musst echt immer einen finger auf deinen sohn jetzt haben ja ich weiß nicht nur ich ich mache gar nicht gesehen dass renger unsichtbar war die ganze zeit nicht da bist du aber das ist krass ich würde auch gerne zum blumen kann ich nicht zu machen ich habe auch kein sonja ist ich habe keine holen und hier war noch im gebüsch und pilz ich gehe jetzt mal back was mir zu gefährlich im set und einem renger da solltest du nachher vielleicht auch mal ein rüstungs item für timo der ist nicht so übel wacca gekämpft wacca der feld wacca wacca Da kommen wir lieber weg. Verdammter Pilz, verdammter. Geh mal. Geil. Das fängt gut. Kein Wunder, dass du so viel Schaden bist, Alter. Ich muss ein Bild annehmen. Ui, Arfi, bist Cranky. Eloi. Und, dass du so viel Schaden hast. Können wir den aber auch ruhig mal fokussen. So geht das. Nein, ich will dazwischen. Ja, das haben wir schnell gewischt. Man, die Tauben sind nicht so weiter protecten, Alter. Ja, ja. Ist nur schwer gegen die Kate. Mann, der macht so'n Schaden. Mann, ich komm nicht hinterher. Mann, ich komm nicht hinterher. Ey, das Schwede, seid jetzt richtig fett, Mann. 9, 4. Oh, nicht durch mich. Doch ich auch nicht. Ja, durch mich, ja, durch mich. Das ist dann schon drei Kills los. Hm. Oah! Oah! Gehen jetzt, gehen jetzt! Oah! Ehh! 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 wir liegen 21 43 hinten und es läuft gar nicht so schlecht aber wir haben hier ja wo du machst hier so weg dass wir das nicht anreifen können dafür müssen sie da haben und das trauen sie sich ja naja gegen unsere combo hart dagegen und so in welchen wir sollten auch nicht so rauslaufen wie es der trash gerade macht und der back 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 bergert dort sie mal meine kanone war nur trottel warum sieht man pink warum sieht man pink wort den pilz nicht oder sieht man durch pink wort keine pilze ich da jetzt ja man nicht doch ich habe extra den pink wort gepläst und ob den pilz nicht gesehen ich habe meine öl sparen können du ränke gleich einmal sterben ich habe mir den nächsten pilz hier äh den ganzen genau mein farm mein farm dann schaffst du nicht schnell genug ja das solltet ihr auch nicht ich habe umgarten ich gehe lieber zurück und dann nach vorne der ränke macht ihn glaube ich gerade solo er kann ich aber nicht hingehen kann das machen das sind wir jetzt aber auch noch mal sicher gegangen hier war das also ich will kann ich einen einleuten haben auf und 200 200 hier ist ja weg gesagt wo das ringer das ringer und Wir haben gesehen. Die liegen aber auch ein paar Pink Ward hier. Da hätte Regen ja jetzt ziemlich viel Schaden anrichten können. Ja, aber ich habe jetzt leider keinen mehr. Aber solltest du ja auch holen, falls du keinen hast. Lieber Pink Ward wie diese anderen Ward. Hier brauchen wir Pink ohne Ende. Hilfe, das gefällt nicht. Das gefällt nicht Hilfe. Ich kann nichts machen mit dem Typen. Ich brauche dafür gekriegt, oder? Das ist mir halt nicht so toll. Wir hatten einen Wreck gekriegt, ich habe es gar nicht versehen. Ah. Gegner wieder. Oh, weil wir das müssen wir kriegen, weil das wäre der Punkt. Ja. Ich gebe mal in die Mitte. Geht, geht. Du macht auch Schaden. Ja, geht aber. Dem muss man Schaden machen lassen, sage ich mal so. Die sind mit 20 Kills hinten, ey. Ja. Ich weiß. Deswegen eigentlich eine klare Niederlage, aber... Renga ist immer noch da, das ist gut. Ich kann nichts machen, wenn die Caitlyn gleich wieder auftaucht. Das auch, ne? Das auch. Renga kommt von unten. Ich gehe weg. Über Topline, genau. Jetzt geht es Top Tower. Ja. Du brauchst gar nicht, die Menschen schaffen ihn alleine. Okay, dann... Ich gehe ein Renga sterben. Das ist er. Naja, aber... Ah, der Mist. Weißt du nicht wahr? Ja, wir haben nen Pink Tier. Ok, ihr seid und mich haben. Ihr seid auch echt immer mich haben, ne? Das regt uns grad so auf. Wir kriegst wieder Shabu und dann können wir uns gleich mal einen Eier lecken. Good Job. Ich hab meine Ulti. Umsonst rausrauen. Dacht er echt, hier kommt. Boah, Udyr, man, jetzt geht er echt. Hast du gesehen, ob Z ulti verwendet hat? Nein. Dacht er nicht? Nein, hab ich nicht gesehen. Oh, nicht grabben lassen. Nein. Sohn jetzt, sohn jetzt. Ne, ne. Auf den Flash. Ich wusste, dass er grabbt. Oh, lass mich doch hochgehen. Mann. Nein! Oh, oh. Ich hab gerade nicht ganz gekocht, dass du mir jetzt geklaut hast, weil ich mich hochgehen hätte wollen. Tja. Nein. Hau auf mit dem scheiß Surrendern. Wir gewinnen das Ding noch. Der hat sich zurückgeportet. Der ist weggegangen. Der hat sich über die Maul. Ja, muss ich mal anziehen. Z macht so'n ab und mal'n Schaden, ne, das ist echt... Hm. Ähm. Ich find Rengar schlimmer. Ja, er ist auch schlimmer, aber Z ist auch echt scheiße. Für mich einfach. Weil Rengar ignoriert mich in diesem Bisschen. Aber Z... Der, der, der... ...viel magiere ihr sie? Oh, geht. Ne. Der Z will mich in diesem Bisschen machen. Mach'n Baron. Meinst du? Ja, lieber nicht hin. Ne. Ich glaub's gleich noch, das können wir nicht gebrauchen. Ne, hast recht. Ja, jetzt kommen wir gerade in so'ne Zeit, wo man echt lange scootet. Ja. Da ist Timo. Da ist's Timo. Dann fällst ne Mama mit. Oh, du ja, Mann. Geht doch da weg. Mach'n kleinen Barrel. Alter. Ich hab'n gezogen, hat er dein Ding gehört auf jeden Fall. Timo aus Baren Baron. Die machen Barrel, die fang'n Baron an. Ja. Weiß' ich nicht, ob wir's gut testen sollten, ey. Auf da, holt euch was. Jawohl, ja. Einer. Zweite. Katelyn ist Mitte. Überwegs. Brauchen wir ein bisschen. Ne, ha' ab. Oder? Ah. Die hält sich aber genauso hoch. Ne, da komm' ich nicht. Da komm' ich nicht. Da komm' ich nicht. Da komm' ich nicht gut. Drake ist auch wieder ab. Können sie holen. Ist der fünfte. Hol' ich, hol' ich, hol' ich mir. Ja, okay. Katelyn ist Mitte. Ich bin in neun Sekunden wieder da. Inhab kann ich zwar nicht mehr, aber... Zett kommt zu dir. Ja, ich versuch' nie rechtzeitig zu kriegen. Der im Fünfter, das ist das Problem. Ah, Mann, das schaff' ich nicht. Ne. Der im Fünfter, Drake, Mann. Ah, dammit. Oh, komm' ich auch nicht mehr hin. Hier. Wart' auch schon. Ja. Ja. Ja, ich bin aber erst Mitte gegangen, dann wollte ich zu dir zum Drake und Katelyn war in der Zeit top. Katelyn kann ich auch nichts machen. Fuck, geht weg. Kommen wir nach Katelyn gehen? Ne. Hm. Hier hast du jetzt für so'n Spiel. Wunderbar! 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 Nein, Trash rennt noch in den Pilz. Komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Ja! Dadurch können wir nicht pushen, Alter. Nee, wir müssen deffen. Aber egal. Ah, er portet top und pusht. Ich meine, er sucht so, ich bin nicht schade. Ja, aber... Okay, gängst mir mal forträgen, das ist schon mal nice. Ja, der addt so viel Zeit, er kriegt so in den Hübiter. Vielleicht kriegen wir doch Barren. Okay. Ah, nee, ich bin ja auch noch, weil es ist wundtot, Leute. Okay, ich konnte alle tauchen. Happy Nacht, Hanne. Gut, okay, Wenger. Nee, ich bin schon mit 100 Gold. Ne, da kaufe ich mir gleich einen Trank. Absolut nicht. Allein haben die gerade Nacht gemacht, wo die den 5. Drake hatten. ja das ist leicht peinlich eigentlich für dich das war ein krasses Game 1,2 ist nicht groß und ein Game haben ja ja aber eins was wir am Ende auch gewinnen sag dich Alter ich bin auch gleich schon cool bin vergiss Pink Ward nicht ne ich hab keinen Platz mehr nein dein Worteitem nimm Pink Ward das ist blaue ich kann damit Renga auch umsinken wenn ich gleich mit dem blauen mach nicht Renga mit dem blauen ja aber wir sollten auf jeden Fall ja Gangplanker ist nicht da ja ich brauche auch nicht ah du jetzt habe ich oh nein oh jetzt habe ich meinen Pink da oben hingesetzt dachte wir fighten da jetzt mal lass Timo killen ja ich muss erst mal rennen ich bin hier alle Mitte verlassen ne ich bin da Timo steht da ich bin hier irgendwo unsichtbar ich habe keinen Pink mehr ah du auch jetzt wird es hart jetzt können sie Baron free machen komm komm du musst erst hin komm komm kann ich nichts mehr machen jetzt ich bin hier ich bin hier Mann ey scheiß Renga kann man nichts machen jump bist du oh 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 ach quatsch ja ist nur schade dass wir das game leider verloren haben ich hoffe es hat euch trotzdem ein wenig gefallen und ihr schaut mal wieder rein in diesem sinne bis bald euer ram das 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 das